Wenn du wissen möchtest, ob du es in Situationen wie ich hier über den Baum schaffst, dann empfehle ich dir auf den Schläger drauf zu steigen. Denn dann siehst du, wie hoch der Ball weggehen sollte. In meinem Fall sollte das 50 Grad Wedge also hier ganz gut passen. Hollywood Golf